Wie gesagt, bei mir Lukas Heger von den Eisbären Regensburg. Lukas, schnelles, intensives Spiel. Kann man sagen, dass vielleicht jetzt die Chancenauswertung ein bisschen den Unterschied gemacht hat? Der Torwart, Held überragend, der Holmi brutal. Ja, ich denke, die Riesseer werden sich jetzt natürlich nicht aufgeben und auch mal mit Volldampf rauskommen. Aus der Drittelpause, wie müsst ihr jetzt spielen, damit ihr die 3 zu 0 Führung jetzt über die Zeit bringt? Wir brauchen natürlich kein Tor mehr, wir müssen jetzt hinten gut stehen. Alles klar, vielen Dank Lukas Heger, weiterhin viel Erfolg. Wir gehen dann in die Drittelpause und sehen uns pünktlich zum letzten Abschnitt wieder. ...